So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich für Gegner Explosionsschaden zu, werde ich demnächst machen, fehlen nur 35, hat nicht ganz gepasst in der Runde, nämlich finde die Schriftstücke in Pleasant Park, Lazy Lake oder Retail. Da sich das hier bei mir gerade anbietet, gehe ich natürlich nach Pleasant Park, weil logischerweise liegt direkt auf der Route, denkt dran, es gibt in Pleasant Park 2, in Retail Row gibt es auch, nee nicht Retail, in Lazy Lake gibt es 2. Wir probieren jetzt einfach mal alle 4 direkt zu finden, also eins ist definitiv da im Haus und eins ist da im Haus. Ich versuche das jetzt wirklich in einer Runde hinzukriegen, zack, ich fall schneller runter, ja er macht safe auch die Aufgabe, Achtung, Retail geht nach links, zack, na was habe ich gesagt, holen wir uns mal irgendeine Waffe mit. So, dann gehen wir nämlich direkt weiter, zack, 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 zack. Ah, der hat auch schon die Aufgabe gemacht. So, dann geht es hier links rein und nehmen. So, jetzt ist die Frage, ah, die Zone ist auch noch bei uns, wäre ich besser in den Dings gelandet, direkt in Lazy Lake. So, jetzt wird es natürlich ein Lacken. Jetzt werde ich hier die Runde nicht mehr schaffen. Da, das ist natürlich schlecht. Hm, 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 hm. Nee, das ist zu weit weg. So, da sind die zwei Schriftstücke. Ich zeige euch das Ganze jetzt einfach auf der Minimap. So, wir zoomen hier einmal ran. Zack, zack. Darf ich mal ranzoomen? Hallo. So, wir müssen auf die Karte. Lol. So, ihr wisst ja, hier ist der Pool. Dann gehen wir hier in die Tiefgarage rein. Da ist eins versteckt. Und da, wo der hier gerade rumläuft, an der Tankstelle. In der Tankstelle findet ihr das dritte und, äh, beziehungsweise da das vierte. Und hier in der Tiefgarage werdet ihr das vierte finden. Ich hoffe, ich konnte euch damit schon weiterhelfen. In dem Sinne, gern Like da lassen, gern meinen Creator-Code eintragen, yt-fam.deck. Ich werde für euch jetzt noch die letzten Aufgaben soweit machen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch schon einen schönen Tag, schönen Abend und in dem Sinne, haut rein.